ich will zu mir in den Berg am Anfang also fangen an die City ich mach mal viel Einberg City an hier Leute total mega geil das schaue ich da gute stück mann richtig versaut alter und ich habe die vorher so schön aufgewinnert weil jetzt die so im arsch aus haben wir erstmal intensiv reinigung rein und ein bisschen schauen so 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 da kommt auf jeden Fall noch mal was so 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 springt da gut an hier wird wohl ein bisschen wasser gezogen haben deswegen hat sie geknallt aber hör mal alles gut gegangen jetzt schnell nach hause bevor es anfängt zu regnen vielleicht habe ich auch glück und ich fahre wieder zwischen der großen wolke na gucken wir mal